Hallo, mein Name ist Olli Brockenmacht, ich bin Personalleiter bei der Firma Rakuten Symphonie in Düsseldorf. Wir werden das 5G-Netz revolutionieren durch eine neue Technik, die bis jetzt nur in Japan gemacht worden ist und mit 1&1 das hier in Deutschland umsetzen. Als Thema war heute Abend Onboarding und Recruiting. Ich suche bis 2022 etwa 200 Leute aus dem IT-Bereich und habe hier einige Impulse mitgenommen, was man noch machen kann, um eventuell Employer Branding zu betreiben oder auch um Leute zu generieren und würde mich freuen, wenn ihr mal auf die Seite Rakuten Symphonie oder in LinkedIn auf Rakuten Symphonie geht und mal schaut, ob vielleicht der passende Job für euch dabei ist. Also mein Name ist Christoph Schneppe, ich komme von StepStone. Ich bin dort derjenige, der sich um HTS-Anbieter kümmert und um Partnerschaften denkt. Ich bin heute Abend sehr gerne hier, weil ich heute einen Vortrag gehalten habe zum Thema Bewerbungsprozesse, weil die sind in der Zukunft sehr, sehr wichtig, weil die Arbeitsbevölkerung wird zurückgehen und die Rekrutierung wird sich total neu definieren müssen und dazu möchten wir einen Beitrag leisten und heute haben wir sehr interessiert und sehr heftig darüber diskutiert. Ja, heute Montag, 13. Dezember. Ich bin wieder mal hier bei Permanent. Wir haben wieder einen tollen Abend gehabt hier bei den HR-Experten. Heute einen tollen Beitrag von StepStone. Hat mich sehr beeindruckt, habe einiges gelernt. Auch ich, alte Hase, lerne hier immer noch was dazu. Kann nur empfehlen, kommt hierher, es macht Spaß und es gibt wie immer was Leckeres zu essen. Hallo, ich bin TJ und ich bin heute Abend hierher gekommen, weil ich wissen wollte, wie es sich anfühlt auf der anderen Seite des Bewerbungsprozesses zu sein. Ich bin aktiv auf Jobsuche und brauche professionelle Ideen. Die habe ich heute Abend hier bekommen und ich habe wunderbar vernetzwerken können und leckeres Essen gehabt. Vielen Dank!